hallo und herzlich willkommen zurück zu dinkum mit dem lieben china tiger hallo und gehen wir wieder frisch ans werk ja auch als werk brauche ich irgendwelche werkzeuge das letzte das so langsam nach das hält noch eine weile oder hinten sind schon ein paar bäumchen gewachsen klingt gut und so etwas fleisch ankommen wische fangen und neues tuse ich kaufen ausreich insekten zum verkaufen hier entsteht ein gebäude entsteht oder ist es schon entstanden naja also da ist kein dach drauf keine wände bloß ekelhaftes gerüst dann entsteht ja lizenzen was kümmerst du kauf 1400 kauf 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 Musik 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 Oh, ich möchte gerne was verkaufen. Ist denn hier gerade ein Krokodil hier? Die bringen am meisten Geld. Warum hier Federn liegen, weiß auch nicht. Einsammeln! Das ist kein Krokodil. Okay, ich habe ein Termin-Nest kaputt gemacht. Bringt das irgendwas? Ich glaube nicht. Ich habe drei Termin-Nest in der Tasche. Das ist ein Krokodil. Fische. Ha! Krabbe gefangen. Mit... Was? Ich habe eine Krabbe gefangen. Ich habe... Krabbe gefangen. Ich habe einen Krokodil. Und ich habe noch möchte... Frischwassermuschel, okay. Okay, Frisch eins von vier. Warum nun heißen diese Vögel? So, dann habe ich Frischsiez. Oh ja, die Siez können wir immer gebrauchen. Dann kann ich auf einmal jetzt das Vögel wieder. Mal gucken, mir ist meine Axt kaputt gegangen. Da ist noch eine im Verkauf. Ja, du hast sie nicht gleich gekauft wie die Pickaxe. Ja, ich brauche halt wichtige Werkzeuge. Ah, fließtigen. 350, okay. Ich habe fast 1000, da kann ich mir schon wieder eine Lizenz oder so leisten. Was sind wir da mit Fall Detecting? Fall Detecting. Farming Lizenz. Was gibt die schon gerollt, oder? Doch. Hm, echt? Simple Bridges. Habe ich auch schon. Wege habe ich auch. Ich wollte ja nicht mit überraschen, aber es kostet so viel Material. Nein, unter anderem Nägel. Ja. Das wird wirklich viel. War es schmerzlich, wenn du auch die Lizenzen hast? Nee, auf keinen Fall. Vor allem kann er dann auch die Sachen bauen. Und ich brauche sie ja eh irgendwie. Ne? 55.000 Donate. Wo ist denn Maximum? Hier. So. Gehört sich das. So wird Donated. So wird Donated. So. Gehört sich das. So wird Donated. So wird Donated. So wird Donated. So... Wir gehen nicht. Jetzt bin ich auf was Pleite. Wie viel hast du ged Donated? Der Rest noch. 23.000 noch was oh cool dann ist das wenigstens gleich weg dann ist ganz praktisch guck mal was brauchen wir denn für eine so eine doofe brücke kommt auf die brücke ein was wird zu teuer werden zwei teilen drei teilen 15 stone bag of cement das haben wir noch nicht 15 nägel geht eigentlich haben wir den nägel hier unten Und... So... Ach du... So, in der zweiten Kiste ist noch was für dich. Dieses Feld war das, oder? Das hier. Muss ich gleich mal gucken. Ich muss jetzt überschauen, weil nur ein bisschen Planung. Wir und Planung? Wo bist du denn? Wer sind sie? Was haben sie mit solche gemacht? Weißt du, ich plane gern. Akku, komm. Das ist ja echt dein Ernst. Ich kann das hier nicht runter platzieren. Na ja, dann halt nicht. Guck mal China, wir müssen nicht mehr schwimmen. Genau das war mein Plan. Dann gucke ich mal, was jetzt da drin ist. Oh, das ist ja auch schon fast für die Stadt was schönes. Und falls du alte Sachen suchst, du hast ja auch hier die letzte Kiste gepackt. Was sind alte Sachen? Ah, du bist ja aufgeräumt. Gut, 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 gut. Warum kaufe ich eigentlich schon wieder? Wo ist Ossel? Ossel hat das Spiel nicht. Wo ist Wu? Der Spiel, hat er das Spiel? Nein? Ist mir doch vollkommen egal, ey. Obtäut, du musst nicht kochen. Ich brauche mir Steiner. Na, was geht es da? Gummlox, okay. Dann kann man ja hier nochmal so... Ich muss mich immer davon abhalten, die Schaufel ins Loch zu schmeißen, wo ich den Ziedkraft mit reingeschmissen habe. Nee, ey, ey. Du bist mir einer. Ich soll eine Frucht kochen? Haben wir denn eine Frucht? Ja, bestimmt haben wir noch etwas. Ich früchte euch momentan nicht. Aber da müsste auch zum Beispiel Kaktieren vermutlich gehen. Hinten sind welche. Ah, da. Und das ist gut, dass du Steiner brauchst. Wir brauchen die Elemente auch noch. Ich habe da halt gerade ganz andere Pläne. Was willst du denn bauen? Ich habe sehr heiße Pläne damit. Heiß? Ach, du willst noch einen Ofen? Dein Koch. Cooking Table. Nee, Cooking Table nicht. Können wir da noch gar nicht, glaube ich. Oder ich zumindest nicht. Crude Furnace. Ah, du willst besser kochen können. Immer ständig auf eins zu warten, dauert mir zu lange auf. Gut, Krabbe kann ich nicht brauchen. Oh, hier habe ich noch Frische. Ah, hier. Jetzt kann ich ihn hier reinwerfen. Ah, die Tiere benutzen auch unsere Brücke. Das ist ja schön. Sehr vorbildlich. Dann müssen sie nicht schwimmen. Wenn hier wieder so eine Zahnwurst rum ist. Wie ein Raft. Ah, Brücke. Und die ist drei breit, oder? Ja. Und hat einmal gereicht? Ja. Eine Brücke reicht. Die richtet sich dann so von der Länge her aus, wie sie gebraucht wird. Gut, das war meine Hoffnung, aber... Konntest du ja nicht testen. Mhm. Das verkaufen, das, 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 das. Kommt hier auch weg. Ich bin so... Achso, ich habe hier noch was zum Tragen von der Länge, das wird dann platzen wir das. Drill Master, 100. Das sind die Span 2000 Dinkum. Ah, da wird 2000 Dinkum einkaufen. Jetzt bin ich zu John noch mal rüber. Alter, braucht das lang. Das Schlagerfeuer ist anscheinlich heiß genug. Oh, wow. Was? Wie, was, was? Okay, Krokodilfleisch macht, äh, nicht nur... Ähm... Da, warte, warte, ne. Ist das. Und guck auf deine Leben und auf deine Dinge. Und auf deine Energieanzeige. Ja, das ist... Ob das permanent ist? Können wir's? Kann mir eh nicht vorstellen. Ich glaube, siehe auch nicht. Wolle ich denn irgendwas zu verkaufen? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der Mann hat schon wieder Pläne Die Brücke ist doch nicht so breit Ja, ich weiß Aber Pläne Warum muss das alles so anstrengend sein? Ups Sorry, ich wollte dich nicht hauen Wen hast du denn gehauen? So eine Barthechse Eine Kragenechse Die ist sehr elektrisch drauf Oh, die haben jetzt Ich hätte gedacht, das haben bloß die Dust-Devel Oh, ich glaube, er lässt mich jetzt in Ruhe Ich wollte doch bloß Zeug absensen Die Yellow Wattle brauchen wir für Getränkeherstellung später Genau Ja, ich weiß ja Ich muss das nicht so breit Ich weiß ja, ich weiß ja Ich glaube, China weiß ganz genau, was ich vorhabe und hilft mir schon, hier den Berg abzutragen, nö, nö, ich tue mich bloß ums Grundzeug, ah, ich behaupte einfach, dass ich genau dieselbe, dieselbe Idee hatte wie du, was hattest du denn für eine, dieselbe Idee wie du, deine Straße langzubauen. Aha. Ja, das ist richtig. Und du hast keinen Beweis, dass es anders war. Warum sollte ich auch eine andere Idee haben? Aber dann, ähm, dann wolltest du also doch den Berg mit mir abtragen. Ey. So, wieder da hinpacken. Man muss vorsichtig sein in der Schaufel. Sonst baut man Straßenelemente ab. Was, ja? In der Schaufel kann man Straßenelemente abbauen. Und dann haben wir hier den Magic Fist. Oder wie der heißt. Na, zunächst tucht. Ich glaube, ich bin bei mir, wenn ich den Berg aufs ableh召igen. Aber dann ist es richtig. Und dann wird es also sein. Ich bin was spätlich. Und dann muss ich wirklich das Gefühl sein. Ich bin ein neues Bremsgusschatzik. Ich habe einen langsamen Bremsen, die ich bin aber hier habe ich. Also, ich bin wieder gefeiert. Ich bin ein bisschen bei mir da. Aber ich glaube, ganz gut. Und dann bin ich mir auch noch mal, weil ich bin da. Und du weißt, wenn ich mich vieleiliere, alsoiyene, ich bin besser. Und da mir dabei. Das war's für heute. jetzt würde ich auch noch gut achten über was du geschützt ist ja auch auf ja wo soll ich sonst mit dem zeug können ach so ja doch das ist ja die höhe aber wir mussten dann hier eine treppe nach oben okay weil sonst haben wir irgendwann da hinten die treppe weil du dich nicht in die höhe gehalten hast ja ich habe mich an die höhe von unserem zelt gehalten da da Das war's für heute. Ah, 100 Brunner. 100 Blaue gerade wieder gekriegt. Fürs Schaufel kriegt der auch noch blaue Punkte. Du doch auf. Pst! So, Anforderung erfüllt. Die des Baumeisters. Achso, du hast eine Dette gebaut? Ja. Ah, gut. Es ging jetzt momentan nur eine Holztreppe. Alle anderen brauchen Zement. Ja, das kriegen wir ja auch. Da ist eine Treppe. Da kann man schon mal hochsteigen. Hallo John! Was macht ihr auf unserer Insel? Ja, wir müssen dann die Insel noch absperren. Ich habe mich auch immer furchtbar gestört, wenn die bei mir irgendwo rumgetudelt haben. Ich glaube, die können mit vielen Sachen interagieren. Und können dir dabei auch zur Hand gehen und dir im Weg rumstehen. Ja. 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 Ich glaube, Herr Tiger, es ist Zeit für Split. Was? Ist doch kaum dunkel. Ich sehe das Zelt auch noch. Ich habe leckeren Fisch. Ich habe leckeren Fisch. Ich habe leckeren Fisch. Cold day. Yes. Sleep until tomorrow. Fishing Level 3 Fishing Level 3 Wer war denn? Kann ich? Ja. Oder warst du? Nö. Okay, du warst dran. Ich glaube nicht. Okay. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. und schaut auch beim China vorbei. Tschüss, ciao.